Der Hisense E7NQ bietet ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis mit seiner Quantum Dot-Technologie, die lebendige Farben und scharfe Bilder in 4K-Qualität liefert. Dieser 65 Zoll Fernseher vereint moderne Bildverarbeitungstechniken mit smarten Funktionen, die sowohl für Filmfans als auch Gamer von Interesse sind. Lassen Sie uns einen genauen Blick auf die wichtigsten Spezifikationen und Funktionen werfen. Das Design des Hisense E7 ist modern und minimalistisch. Der Fernseher hat schmale Ränder, die das Bild noch beeindruckender erscheinen lassen und eine Weserhalterung für die einfache Wandmontage. Mit einem Gewicht von knapp 19 kg ist er zwar groß, aber dennoch handhabbar, wenn man ihn an der Wand montieren möchte. Das Herzstück des Hisense E7 ist ein Quantum Dot-Display, das eine erweiterte Farbdarstellung und intensivere Bilder ermöglicht. Die 4K-Auflösung bietet gestochen scharfe Details, während die verschiedenen HDR-Formate, einschließlich Dolby Vision und HDR10+, ein verbessertes Kontrastverhältnis und präzisere Farbtöne liefern. Auch wenn die Helligkeit von 330 Nits in helleren Räumen etwas schwächer sein kann, überzeugt der Fernseher besonders in abgedunkelten Umgebungen durch seine tiefen Schwarztöne und leuchtenden Farben. Der Hisense E7 ist mit einem 2.1-Kanal-Audiosystem ausgestattet, das dank des integrierten Subwoofers einen tieferen Bass und raumfüllenden Klang bietet. Dolby Atmos sorgt für eine immersive Klangkulisse, die das Heimkino-Erlebnis abrundet. Für alltägliche Anwendungen wie Filme, Serien und Spiele reicht das integrierte Audiosystem aus, aber für audiophile Benutzer könnte ein externes Soundpad zusätzliche Tiefe und Klarheit bringen. Mit dem benutzerfreundlichen Wiederbetriebssystem bietet der Hisense E7 schnellen Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix und Disney+. Die Sprachsteuerung über Alexa oder Vida Voice ermöglicht es, den Fernseher bequem mit Sprachbefehlen zu steuern. Für Gamer bietet der Fernseher HDMI 2.1-Anschlüsse sowie Variable Refresh Rate und Auto Low Latency Mode, um eine flüssige und verzögerungsfreie Spielerfahrung zu gewährleisten. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Punkten. Was sind die Stärken und Schwächen des Hisense E7? Nachteile Helligkeit von 330 Nits ist in sehr hellen Räumen eventuell unzureichend. Keine lokale Dimm-Funktion für optimale Kontraste in dunklen Szenen. Standardmäßige Bildwiederholrate von 60 Hz kann für High-End Gaming zu niedrig sein. Vorteile Quantum Dot Technologie für brillante Farben Unterstützung für Dolby Vision und HDR10 Plus für intensive visuelle Erlebnisse. Gutes Preis-Leistungsverhältnis für einen 65 Zoll QLED-Fernseher. Integrierte Gaming-Features wie VAA und ALLM. Benutzerfreundliches Vida U 7.6 Betriebssystem mit Alexa-Integration. Der Hisense E7 bietet eine hervorragende Bildqualität dank Quantum Dot Technologie und unterstützt alle wichtigen HDR-Formate für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Mit seinen Smart-TV-Funktionen, dem intuitiven Wiederbetriebssystem und den Gaming-Optionen ist dieser Fernseher eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Schau auf Amazon oder anderen Plattformen vorbei, um mehr über dieses Modell zu erfahren und es zu kaufen. themm. die der die 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 Bis zum nächsten Mal.